Mit dem Eintritt in die Pubertät werden viele Teenager vergesslich. Da bleiben Hausarbeiten liegen, werden Hausaufgaben vergessen und selbst die Körperhygiene leidet an dem ein oder anderen Tag. Viele Eltern reagieren dann genervt, wenn das einst so zuverlässige Kind plötzlich der Oberschussel ist. Dabei können die Kids gar nichts dafür. Schuld ist die Pubertät. In dieser Phase verändert sich nämlich das Gehirn. Es werden Nervenverbindungen gekappt und neue aufgebaut. Und wenn die neuen Leitungen noch nicht ganz so stabil sind, gehen auch mal Informationen verloren. Statt Teenager unter Druck zu setzen, zu meckern und zu schimpfen, sollten wir ihnen also besser helfen. Indem wir sie besonders an die Dinge erinnern, die uns wichtig sind und von denen wir wissen, dass sie dem Kind wichtig sind. Wochenpläne sind eine Möglichkeit, wichtige To-Dos oder Fristen zu verdeutlichen. Auch eine Erinnerungs-WhatsApp an die Klassenarbeit tut Eltern nicht weh und hilft dem Kind bei der Planung. Und das Post-It am Kühlschrank mit der Erinnerung an Omas Geburtstag kostet auch niemandem wirklich Kraft.